Vorlage Infobox Fußball Club Wartung Kein Bild Atlanta Beat war eine US-amerikanische Frauenfußballmannschaft aus Atlanta, die in der Women's United Soccer Association spielte. Das Team absolvierte seine Heimspiele zunächst im Bobby D.O.D.D. Stadium auf dem Campus des Georgia Institute of Technology. Ab der zweiten Saison trug es seine Heimspiele im Hernden-Stadion aus, das sich auf dem Campus des Morris Brown College befindet. Geschichte Das Franchise wurde im Jahr 2001 gegründet und nahm im April desselben Jahres den Spielbetrieb in der neu geschaffenen Women's United Soccer Association auf. Als einziges der teilnehmenden Teams gelang es den Atlanta Beat in allen drei Saisos der WUSA, die Playoffs zu erreichen. In den Jahren 2001 und 2003 gelangte man bis ins Finale um den Founders Cup, verlor dieses jedoch gegen die Bay Area Cyber Race bzw. Washington Freedom. Nachdem die Liga aufgrund finanzieller Probleme ihren Spielbetrieb einstellte, wurde das Team im September 2003 aufgelöst. Am 9. Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, dass ein neues Team aus Atlanta unter dem gleichen Namen am Spielbetrieb der neu gegründeten Women's Professional Soccer teilnehmen wird. Saison Statistiken Bekannte Spielerinnen Mexiko Mexiko Maribel Dominguez Kanada Schamen Hooper Vereinigte Staaten Cindy Paolo Deutschland Conny Polas Japan Homare Sava Vereinigte Staaten Brianna Sköri Vereinigte Staaten Niki Seelenga China Volksrepublik UNWN Jochen UnwN contrib Dos とか Red